Ja, dass der sein Ding ist immer, ah, dann sparst du die Gilder Sterne. Mhm, ich dachte mir die Gilder Sterne würde mir das Schiff verkaufen halt, dachte ich mir, andersrum bei mir, wenn ich Geld kriege. Hi, are Blighter good in arenas, 1 vs 1 and Open World PvP? Mhm, I think so. It's hard against Mages and Archers. But if you can play the character, it's okay, obviously I can, but it's okay, it's fine, yeah. They are good, but very hard. Nope. Wie viel fehlt dir? Hey, Black Cat, thanks for the follow, I appreciate it. Enjoy the show, have fun and greetings from Munich, Germany, wherever you are. This whole white world. Ja, alles fehlt mir. Ja, was heißt alles? Warte, ich schau noch mal. Den, den, den. Müssen wir kurz noch mal schauen. Also stell hier diese Trockennahrung her, das muss ich, oder? Ja, genau. Ich kastele dich gleich, du kannst mich doch jetzt nicht googeln lassen. Also, 160 Narzissen fehlen mir und 50 Medizinpulver halt. Ich hab 33 habe ich halt, oder 157 halt, irgendwie so. Ich hab jetzt mal eine aufgerundet oder abgerundet. 33 hab ich halt. Ah cool, merci, krass. Kann ich das denn herstellen, dieses Kockenfleisch? Was? Ähm, das steht in der Quest drin. Äh, und zwar... Startgebiet der Menschen. In so einem Spezial, in einem Spezialteil. Hm, eine Qualität zur Kunde kann ich mir grad noch leisten, passt. Okay. Drei Sekunden zu viel. Dann müssen wir jetzt zum... Ja, jetzt zum... Watscheln. Hey, Gags, mein Damenbesuch ist gleich da, muss ich noch richten herziehen. Wünscht euch noch viel Spaß. Schaut auch morgen wieder auf... Alles klar, dann... Viel Spaß mit deinem Damenbesuch. Lass es dir gut gehen, äh, und dann, ja. Bis morgen, mein Freund. Hahaha. Kommst du... Kommst du mal Richtung Strand? Ja, was, lass mich dich auf Follow setzen, dann kann ich hier weitermachen im Stream. Geht das? Warte mal kurz. Kann ich hier nebenbei noch... Ach, mein fucking Esel ist tot. Ist hier nämlich so ein... Ist hier so ein... Steilknecht? Sieht schlecht aus, gell? Warte mal. Der ist der nächste Steilknecht. Du kannst... Warum? Du kannst... Klick einfach auf ihn drauf. Aber dann ist er doch... Trotzdem langsamer. Kann ich mit dir nicht drauf, oder? Hinten. Du hast... Du hast normalerweise 10 rote Flaschen. Die hab ich ja schon beim Level verbraucht. Das ist doch... Loll! Vielleicht bin ich nicht hier drauf. Dann... Traschen, du dein Mount zerlegt, ey? Ich bin mal auf Follow gehen hier. Folgen. Und wenn ein Mount ist aber so... Fliegen langweil... langsam. Ich schau mal kurz... Schau mal kurz wo der nächste Stall ist. Ja, wenn ich lauf geht... Wo? Achso, geht das zur Küste? Gehst du zur Küste oder was? Okay, das geht jetzt gar nicht so weit. Okay, dann passt ja. Anfall. Hau rein, Kappa. Anfall. Gags, hilf mir. Yo, mach ich. Ach, du willst wissen, was das heißt oder was? Was Lana vorhin geschrieben hat oder wie oder was? Jo, mach ich. Ich google. Ich weiß es selbst nicht. Was? Girls watch naked boy? Ne, was heißt das? Was ist CFMN Swinger Club Mystery? Ist eine englische Abkürzung für clothed female naked male, was übersetzt bekleidete Frau, nackter Mann bedeutet. Soll ich nur weiterlesen oder kannst du es dir jetzt vorstellen? Oder sollen wir darüber privat diskutieren? Ist die englische Abkürzung, habe ich ja gelesen. Beim CFNM geht es darum, dass sich der Mann in Gesellschaft der Frau nackt aufhält, während sie Kleidung trägt. Dadurch soll sie ein nicht gleichberechtigtes Verhältnis zugunsten der Frau entstehen. Ja, der Arsch da vorne sieht es halt, sie verpissen, sonst kann ich mein Schiff nicht rufen. Also, ich hoffe, ich habe das Richtige erklärt hier. Ja, ich bin da. Okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Wehrkrank sein soll. Ist eine Spezialwehrkrank. Du musst hier hinten aufsteigen. Okay. So eine kleine... Ich schwimme dir mal nach. Okay, habe ich gesehen. Jo, passt. Ja, passt. Jetzt muss ich einfach gesteben bleiben, oder kann ich mich hier hinsetzen? Irgendwo. Ich muss feststellen bleiben. Okay, dann warte ich hier. Hör auf, was lang geht. Ja, gehen wir nicht mit Ei zusammen. Oder machen wir lange? Komm doch mit Ei, wir machen es dann nochmal so fertig, bis alles ist eine Stunde oder zwei für das Ganze. Ja. Mach mal doch, Steine und ab geht's. Ja, mach mal dann nochmal. Ist ja kein Problem. Nee, ich habe das ja eh vor, oft das zu machen, solche Blödsinn mit mehr Leuten halt. Also soll ich jetzt zu euch kommen? Wäre nicht schlecht. Je mehr, desto besser. Ja, aber dann mache ich das so, dass ich dann direkt ein Paket mache, sodass mich das auch für mich lohnt. Wo treffen wir uns denn? Ja, ja, in Tauschheim sind wir. Tauschheim, genau. Genau, mach ein Paket, irgendeins, was du halt die Mats hast und dann passt es. Okay, warte, in welchem Gebiet seid ihr? Auerstein. Warte, lade ihn doch einfach ein, dann sieht er wohl ich, wo wir sind, laden doch einfach ein. Schau mal meinen Donkel an. Der ist so, was er kommt hinterher. Alter, schießt er mit Hapone auf mich, ja, ich glaub's auch. Na ja. Können's auch die eigenen schon hier killen, gell? Klar, die eigenen gehen ja auch schon. Mein Feldball ist zerstört, total. Ja, Lana schafft sowas anscheinend, wie ich sehe jetzt. Ich stelle mich mal ein bisschen abseits hin. Ich bin so schmack. Ich bin so schmack. gemacht mit dem das ist aber das doofe anscheinend die Kanone abfallen und das kann ich nicht mitgehen ich glaube ich die Munition nicht genug Stahl Munition geht nicht geht nicht ja ich hab ich hab einen falschen Print gekauft ich wollte eigentlich denn mit der Harpone aber hab denn mit dem mit der Kanone gekauft die Zeiten kann ohne Futter mhm geladen ist unter Wasser atmen geht cool ob du es hast bekomme ich auch eins also ein Glas bei Lade gibt es nur Flaschen hier aber passt doch auch oder? passt doch auch so eins zwei Flaschen ich muss dich selber aus der Küche holen nein Quatsch warum nicht du bist mit jetzt sind da eigentlich nicht wir müssen halt hier nach kapson ist oder kann es sein ja genau ja da hast du auf der auf der question auf der karte für die cluster ist ja dann auf der karte ja das weiß ich schon ich habe eigentlich gefragt ob er den weg kennt wie gesagt ist meine erste segeltour na ja meine auch deswegen das meine ich die haben alle hier bilder drauf wo wo sie selber hochgeladen haben und ihr das scheiß vorgefertigte bild nehmen müssen welche erreicht dass scheiß Prozent Interieurfarbe konnte nicht geladen werden was immer das heißt ich komme jetzt ans Meer die Flaschen war es nur eine Flasche rum und trinkt man bekanntlich aus Gläsern die auch in der Küche oder Wohnzimmer stehen darfst du doch nicht? Ja schon mit meinem eigenen Schäfer oder fährst du bei mir mit? Lass bei dir mit fahren dann fällt das nicht so auf also dass wir nur ein Schiff verwenden voll Spacken voll gegen mein Schiff gefahren Arsch lecker put Maschine ergreifen greift die Maschine um sie zu steuern nee ist meinet das ist ja netter dass uns dass du uns besuchst hier vom Handy auch aus wenn der Bezirk kaputt ist so richtig lieb muss ich mal gucken ob du draufkommst weil ich hab grad den Ding Buff aktiviert aber nochmal hast du mich draufkönnt den Power Buff gibt's auch so schnell von dem oder was? Nein ich kann nein ich kann den Buff aktivieren dass keiner draufkommt außer außer mir Ach du hast das Kostüm an Wegbereiter Kostüm Ja klar Ja schaust als fährst du da zwischendurch oder? Zwischendurch den Kontinenten Ach so Kostüm ist ja da unten ey du musst ja unten durch und dann ganz runter straight Keine Ahnung Ich geh mal Tschüss Tschüss Hau rein Jo Boah das Ding fährt 11,1 Meter pro Sekunde Powermaschine Ja voll Was? Nur Geld muss nur wegen Autokollektor aufpassen Ja Gott rau Was ist das? Raue See? Wo müssen wir denn genau hin? Nach Kapsiode oder wie das heißt Siehst du den Stream? Gerade? Kann ich es dir zeigen? Ei Ja ich hab's gefunden Das ist eine lange lange Fahrt Ja Ein Rundfot Bier schön Ein Rundfot D ist toll Oh Gott Jetzt dreht einer schon durch Also das krasseste war Ich hab heute Wo ich das Schiff gebaut hab kam von der gegnerischen Fraktion Projekte Küst ý